Radio SAW. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Die Fine Young Cannibals mit She Drives Me Crazy. Ein Mann ist verliebt. Sein Mann hat sein Herz verloren und er spürt, es ist eine Amour-Fu. Eine falsche Liebe. Eine, die nicht echt ist, die nicht funktioniert. Aber er kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht aufhören, so zu fühlen. Das, was du tust, scheint nicht echt. Ich sage dir, was ich denke, denn unsere Zeit ist knapp. Wirst du mich jemals freilassen? Das Warten bringt mich um. Sie macht mich verrückt, wie keine andere. Sie macht mich verrückt und ich kann mir nicht helfen. Ich fühle mich hilflos. Ich kann nicht ruhen. Die Leute sagen, ich sei besessen. Alles, was ernst war, ist vorbei. Für mich keine Überraschung. Was ich hatte, das war die Wahrheit. Aber dann ging alles schief. Wie so immer. Ich mache es nicht allein. Denn niemand möchte einsam sein. Sie macht mich verrückt, wie keine andere. Sie macht mich verrückt. Und ich bin so hilflos. Ich kann mir nicht mehr helfen. Eure Hilfe? Online. Radio-SAW.de Da gibt's diesen Song zum immer wieder anhören. Und alle anderen folgen noch dazu von Was heißt das auf Deutsch? Hier aus der Classic Show. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land. Superhits und sie činnere decided. Aber auch wenn man hier와 im Klavier hat. Und брanns im Klavier. Wieедь da redeem ganz klar.